das ist jetzt einfach darunter Geld nicht dort musste wirklich nicht alle besiegen es bringt genau gar nichts weil die irgendwie war nicht mal was trocken Tötet den dem bösen Golem sollte vielleicht ein bisschen aufpassen ich glaube ich Moment wir haben so viel von denen es ist auch egal wenn ich die mal verwende oder ich glaube ich kann da reingehen weil der ist ja nachher dann sowieso wieder da so ein weiterer Geheimraum und was ist in der Kiste und 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 ein weiteres Herzteil fehlen wir aber auch nicht mehr viel oder ja eins noch dann haben wir auch wieder voll Herzteil mäßig das ist cool ich mach dich tot auch wenn ich nicht muss auch wenn ich nicht muss mache ich dich tot ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen trotzdem irgendwie bin ich gerade doof das ist nicht gerade sondern immer eigentlich oh guck mal das geht auf wie schön damit habe ich ja nicht gerechnet ich dachte eher das wäre der Schalter für und obwohl das stimmt schon der ist blau Farben bekennen bei den Schalter ja ist wichtig eine weitere Kiste da müsste jetzt ein Schlüssel drin sein oder ja wunderbar und da ist der rote Schalter als Rückweg wunderbar müssen wir nicht den ganzen Weg nochmal zurücklaufen das sage ich natürlich nicht nein das sage ich natürlich ganz und gar nicht nein so abwarten und durchlaufen ja mein Gott dieser Raum hier ist ok da ach so da kann man von oben dann rein verstehe ok und ich glaube jetzt kommen wir hier zum Endboss oder so weil hier so ein Teleporter Dings ist oh ich wollte eigentlich nein jetzt mach ich's komm wir lassen das lieber das tue ich mir noch weh so rein bei der rein bei die Tür oh massakriere den Sternfried mit Feuer ist das Bomberman jetzt kann ich dem was tun ich glaube ich hab getroffen ja oder treffe ich da überhaupt ja irgendwas passiert schon oder ich sollte vielleicht aufpassen dass ich selber nicht so oft getroffen wäre ja gut das ist ja eben jetzt die Frage bringt das was was ich hier jetzt gerade mache ich mein er macht blありがとうございました ich meine er macht bler 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 er macht ja er macht ja ein Geräusch ja ich lauf dauernd in im in ihm rein ich hab keine Ahnung ja gehen wir mal davon aus dass das was bringt was ich mache Aber ich glaube ja fast nicht dran Ja, ich meine, das verfärbt sich dann schon Der Bildschirm auch seltsam Nein, lasst mich in Ruhe Ja, okay, gut, wir haben es geschafft Gott sei Dank, boah, jetzt wäre mir beinahe die Kiste auf den Kopf gefallen Und wir erhalten Oh mein Gott, wir haben den Bogen Ein starker Bogen, machtvoll und verlässlich Lilly war für ihre Gegner nun sogar auf große Entfernung eine Bedrohung Ja, schön Würde man sagen, statt der Bombe nehmen wir den Bogen Ah, okay Also es ist jetzt kein Schnellschussbogen Aber ein Bogen So Ach schön, wir haben den Bogen gefunden Was für eine Freude Guck mal, haben wir jetzt eigentlich die Schaufel auf Die Schaufel brauchen wir nicht auf B Nee, Moment, komm Packen wir die Bomben wieder auf B Du, 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 du So, schnell rauf da Und, oh Guck mal, mit Zielscheiben Hey Einmal Ach, hey, ich muss das in einem Wisch schaffen, oder wie? Ja, toll Okay, ich muss das in einem Wisch schaffen Super Super Toll, ich schaff das niemals Toll, ich schaff das niemals Alter, fast Na, super Ich hab keine Magie mehr Nein Warum braucht man da Magie und keine Pfeile? Na gut, im Endeffekt ist es sinnvoll oder so So Feuer? Feuer Ja, geht doch So nicht schnell durch, nicht, dass die Pinöpel wieder nach oben gehen Oh, oh, oh Oh mein Gott Tschüss, Mann Nein Tschüss, Mann No Ah, da ist noch einer Tschüss Ah, hallo Achso, ich hab nicht lange genug gezogen So Tja Sehr schön Sehr schön, sehr schön Was ist das? Ach, ah, okay Ah, verstehe Oh, oh, oh Brandgefährliche Dinge Super Was für eine Freude Kann ich jetzt den da machen? Nee Okay Das ist, das ist noch ein bisschen Okay Ach, hey, lauter Ihr seht ja überall so lustige Schüsselchen Und wahrscheinlich kann ich die jetzt alle mit Flammen, oder? Ach Gott Ach Gottchen Ach Gottchen Ach Gottchen Ah, okay Ja, gut Und gehen wir eben da mal rein Dü, 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 dü Es sind überall so lustige Bottiche Ja Ah, ja Ähm, okay Juhu Moment Toll, danke Ich hab dich doch wohl getroffen, bitte Hallo Was für eine Frechheit Komm her Komm her So, und wo sehe ich jetzt die Moment Komm, wir drehen die alle mal so Bringt nix Hm Wie muss ich die Ah, da oben Ah, da oben sind Ich sehe schon, da oben sind Sind, sind, sind Dinge eingraviert Haben wir da noch mehr hier? Genau, also einmal nach unten Und nach unten Und nach unten Hat die Frage Nee, nach unten gibt's natürlich ja gar nicht In dem Fall Na toll Nee, das gibt's ja, toll Okay, das gibt's Ja, keine Ahnung, was wir hier machen müssen, aber Also welches Muster wir hier machen müssen Aber das finden wir sicher noch raus So Gut, dann hätten wir das jetzt mal flambiert Können wir da jetzt hier mal mit das Ah, okay Ah Verstehe Das ist ja cool Okay, also einmal nach oben Dann den nach unten So, und hier mit Flammen weiter Flamm, flamm, wunderbar Einmal den da und einmal den da Nach rechts und nach Nach rechts und nach links, okay Juhu Oh, wir sind so gut Wir sind so gut Haha, ich freu mich immer wieder, wenn ich so Rätsel löse Hei, hei, hei So, jetzt schnell weiter in den nächsten Raum Irgendwie fehlen uns schon wieder sehr viel Herzen Ah, Flammen Okay, jetzt sind wir hier Jetzt müssen wir hier den ganzen langen Weg entlang gehen Die Dinger können wir Nee, die können wir nicht Oh, ich hab nicht getroffen So, jetzt aber, oder? Ja, wunderbar Ah, ich kann Oh, ich kann die doch treffen Mit dem Pfeil Gut zu wissen Wahrscheinlich hab ich vorher Ein so ein Ding getroffen Oh, ich hab keine Pfeile mehr Verdammt Aber schnell weiter Okay, plopp, plopp, plopp Super Sind fast schon da Obwohl, wir sind schon da, oder? Ja, wir sind schon da Zack Und weiter geht's Oh, oh Okay Oh nein, kleine Piratenviecher Nein, die wollen mir mein Geld klauen Komm, sterbt alle Sterbt alle, sterbt alle Ich hab noch Bomben auf Lager Haha Nee, überhaupt nicht übertrieben Nein, gar nicht Ah, apropos Bomben Guck dir mal Tadadada Schön Ein weiterer Schatzraum mit Und, und, und Ja, cool Zum Magie-Upgrade Da hoffe ich auch Dass ich bald wieder was bekomme Weil Magie Ist doch recht wichtig hier Merke ich Immer mal wieder So Weiter geht's Gut Oh nein, Spinnen Bitte keine Spinnen Ah, so ein lustiges Riesel wieder So, wir müssen in die Richtung So, und da, ja Geht sich das so aus? Ja, wunderbar Sehr schön Haben wir, haben wir schon wieder geschafft Boah, wir sind einfach zu gut für dieses Spiel Oh, ich wollte ja eigentlich eine Wirbelattacke machen Komm Wir haben Pfeile Nutzt sie Wir müssen sie öfter nutzen Und Bomben haben wir übrigens auch noch So Warum haben wir das jetzt gemacht? Ich hab keine Ahnung Ah, noch so Noch so ein Laufrätsel Wir müssen in die Richtung Ich überleg kurz Moment, wir können jetzt hier den da machen Dann haben wir die Seite zumindest schon mal ausgefüllt Okay Ja, schauen wir mal, ob es so funktioniert Manchmal muss man sich auch einfach trauen, ja Ja, funktioniert Sehr schön Cool Tada Gut, und weiter geht's Alter, wie groß ist Ja, der Dungeon Der ist echt Das gefällt mir, wenn Dungeons zu groß sind Schön Echt schön War schon wieder so ein Bossraum Ich Wollte ja, ich nur eine Wirbelattacke machen, aber gut Bomben, 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 Bomben Yeah, überall ganz viel Bomben Ich schaff's irgendwie nie in der Mali-Wirbelattacke machen, weil ich immer, immer zu nach der Wirbelattacke noch zuschlage, aus irgendeinem unerfindlichen Grund wahrscheinlich Zelda und so Array Oh, äh, daher, Hilfe Okay Gut, wir müssen schauen, ob wir hier irgendwo, wo brennt's denn hier Da brennt's, okay Ja, das war der falsche Knopf So, machen wir einmal da rüber Ich zünde einfach alle an, die ich soweit, soweit ich die anzünden kann, ja Das ist ja alles nicht so tragisch Ui, oh, danke, schön, hat mich getroffen So, gut, das brennt auch Wo kommen wir jetzt weiter, da rüber zum Beispiel Oh nein So, gut, dann geht's da nach oben, okay Trifft mich das hier? Nein, sehr gut Gut, okay Ich glaube, geradeaus müsste es sein Nö, gut Verdammt Ich muss ja wieder zurück Dann war's da rüber, oder? Ja So, wo geht's weiter, wo geht's weiter, wo ist die nächste? Oh mein Gott Nach unten, oder? Ja Schön Schön Diesmal Und wer ist das, was er anzünden kann? Nein, 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 nein Was es anzuzünden gilt Da waren wir jetzt Ah doch, haben wir, haben wir gespannt, okay Duh, düh Wow. Also so viele Gegner. Och, ach ey. Hier sind auch so Todeseichen. Oh, ich brauche mehr Magie. Also hier muss ich auf jeden Fall zuerst ausräumen, sonst wird das nichts. Ach so, wie viele Gegner hier bitte sind? Stirb, du Todeseiche. Ich will eigentlich, ah, ich muss, ich muss diesen Ding treffen. So, diesen, diesen, diesen Energieteil da, ja, weil das, oh, ich bin fast totmärkig gerade. Ich sollte vielleicht, ja, ich sollte vielleicht, weil ich habe eh genug davon. Sage ich jetzt noch und irgendwann jammer ich dann herum, weil ich keinen mehr habe. Ich muss echt ein bisschen Acht geben. Ja, das ist der falsche, obwohl müsste ich mit Pfeil und Bogen auch ganz gut gehen, oder? So, einer ist hin. Ne, das machen wir erst, wenn wir die, die alle getötet haben. Oder, naja, obwohl, komm, wir könnten eigentlich schon hoch hier. So, wir müssen in die Richtung. Ach so, da geht dann nur die Tür da oben auf. Da will ich ja noch gar nicht rein. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Na gut, die bleibt zumindest hoffentlich offen. Komm, aber wir töten hier, oder? Ne, weißt du was, wir töten die Gegner hier noch nicht. Wir gucken hier jetzt rein. Also, wie viele Todeseichen? Ich glaube, dass ich die Todeseichen hier dann alles schaffe, oder? Kann das sein? Oh. Toll. Auf allem zwischendrin haben wir dann immer mal wieder keine Energie mehr. Was auch nicht ideal ist. Ah, okay. Hier haben wir dann offensichtlich die... Nein, verdammt. Ach Gott. Stirb Todeseiche. Ich meine, das ist gar keine Todeseiche. Das ist eine Lebenseiche. Komm, machen wir doch mit Bomben. Endlich. Gott sei Dank. Na ja, schön, stimmt. Die heilt mich ja schon nachher immer wieder. Hätte ich den Trankfeuer gar nicht mehr müssen. Doof. Jetzt sollte ich mir das merken hier, oder wie? Also, der, der Ausgang, beide Ausgänge nach links. Ja. Das ist die Frage, wenn ich das einmal hindrehe, ob der sich das merkt. Merkt er sich das? Ich weiß ja nicht. Moment. Also, hier merkt er sich zumindest die Gegner, die ich schon getötet habe. Also, ich, ich habe mal... Ich nehme mal an, dass das schon dann so passt. Aber ich glaube, den Damage, den ich, den geboostet habe... Äh, den schon gegeben habe, nicht geboostet. Aber einfach so. Ah, der schlägt ja immerhin... Nein, ich hasse diese großen Golem-Teile. Ah, ich wollte die Bombe eigentlich werfen. So. Ja, endlich. Ganz sei Dank. Na komm, dann machen wir das weiße Ding da noch. Also, das weiße. So weiß ist das Ding ja gar nicht das Teil da. Nein, ich... Töte es einfach... Boah, töte es doch einfach. Bitte. Ja, die Eiche will ich ganz zum Schluss kaputt haben. Damit sie mir ja wieder meine Energie aufheilt. Nein, jetzt habe ich ihn in die falsche Richtung auch noch. So. Sehr gut. So, komm, da können wir mit Bomben arbeiten. Aha. Ach, ey, schon wieder so ein Verschieberätsel. Also, so ein Ding ins Rätsel. Ihr wisst schon, was ich meine. So ein Ding ins Rätsel. So. Bombenregen. Oh. Nein. Verdammt. Ah, verdammt. Gut, ja, dann hier auch nochmal. Hm, ich würde sagen, wir gehen den Weg. Ja. Passt gut, so hätte ich gesagt. Tada. Tü-tü-tü-tü-tü. So, Moment, kurz. Ja. So. Jetzt bin ich schon wieder vollwertig da. So. 40 von 20. Schön, kann man schon zwei. Zwei voll machen. So. Nochmal von der Seite. Juhu. Und Lilly hatte nun alle Baumgeister, die unter Krokus üblem Band standen, befreit. Der Baumlord würde ihm sicher dankbar sein. Ja. Schön, das haben wir. Hätte ich mir... Nein, ich wollte ja echt die Feder. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen. Genau. Achso. Können wir natürlich das noch machen. Einmal da. Einmal da. Na toll. Super, jetzt liegt da genau die Feder drüber. Komm her, du scheiß Feder. Ja, müssen wir probieren. Also nach oben. Wahrscheinlich ist es auch nach oben. Ja, wird wahrscheinlich auch nach oben sein. Das war melding, ja. Wie geht das denn?